Lasst uns raus zum Spielen gehen! Komm mit! Hey Lisa, lasst uns raus zum Spielen gehen! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video meinerseits zu einem neuen Tag im Heidepark Heidepark! Heidepark! Zweiter Tag vor dem Eröffnungswochenende Wir waren gerade im Hammerpickhaus Das ist einfach nur ein Foto-Point Ey, das ist so dumm! Voll so Greenscreen-Fotopold die Scheiße Na ja, mal gucken! Wollten die Dinos fahren, oder? Ich nicht! Ja, mal gucken! Ja, mal gucken! Ich bin Lone Wolf Ich bin Lone Wolf Ich bin Lone Wolf So Freunde, wir kommen gerade von der Piratenshow Ja, weil es ist tiefgegangen Eine Darstellerin ist in Flammen aufgegangen Und Eugen hat seine Perücke als zu Henry Morgan verloren Also sonst ist eigentlich alles... Ah ja, und eine Trampolinspringer ist noch abgerutzt Aber es hat sonst alles geklappt Ja, und dann hier Zeltshow Waren diesmal zwei Fails Genau, der Fächer ist kaputt gegangen Und ein Strahler war kaputt Sehr gut, technischer Fehler Kann passieren, ja? Ansonsten Heidepark 2018 Ja, also wenn man Wenn man hier was vor hat Oder mit Leuten hier ist Die man cool findet Dann ist das echt gut Aber ansonsten... Ach... Also ich glaub, ich werde dieses Jahr nicht Unbedingt alleine hier in den Park fahren Weil... Ne, lohnt nicht Ne, doch lieber Hansa Park oder so Oder... Holiday oder... Keine Ahnung Uaaaaaah Ach, falsche Check Uaaaah Uaaaaah Wahnsinn, was ist hier los? Es ist nach sechs Und die Fahrgeschäfte fahren noch Ja, aber gestern fuhr Floßbad auch noch nicht so, was ist denn los? Ist doch dunkel. Krass. Ich wundere mich eh, dass die heutzutelang aufwarmen. Das stimmt nicht mit dem Halt. Ich verstehe das nicht. Also Freunde, jetzt geht es weiter, vielleicht sogar diese Woche noch, mit einem Video aus dem Hansa-Pfad, mit den Neuheiten. Ansonsten geht es Dienstag weiter mit Karfreitag und dem Wochenende. Ich kann doch einfach das gesamte Wochenende in ein Video packen. Das wäre eigentlich gar nicht so eine doofe Möglichkeit, weil ich da nicht so viel schneiden müsste. Naja, wir sind auf jeden Fall beim nächsten Mal, wenn es weitergeht. Auf diesem Kanal, also abonnieren, Löchchen drücken, ist glaube ich die beste Möglichkeit, um nichts zu verpassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018